L.F.A.T.Gaming Das coole ist ja, dass hier schon mal eine größere Feierkugel aus dem Mädchen L.F.A.T.Gaming Ich habe mir ein Kleid angeschaut von FatBoss und L.F.A.T.Gaming Da hat es die Gwestern gegeben und da haben sie mir die Kristalle zusammen gesammelt und gesagt Da kann man draufklicken, da passiert nichts Kein Mensch weiß, wie was die da sind in die Richtung Ich mache eh nichts Schwarz Oh weißt du, das ist ein Latter Frauen Aja, nur aufpassen, wir können 20 Stacks zusammenbringen wenn sie es dazu genommen Aber kannst du da mal einen AUS damit machen? Wie? Was ich auch gehabt habe? Ich? Acro? Weil du zu wenig Acro machst Ja, Schwarz, genau Na ja nie Ey, ich habe das Haltenforck gekriegt Ich habe einen Haltenforck gekriegt Mach eine Mil dann schon instant Pin Ja, 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 für die Gäste, für dich Gäste, Schwarzer, hat er schon aufgesagt, oder, Schwarzer, hat er schon aufgesagt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Er ist drauf. Und die Shootcaster passt. Und so beginnt Und so beginnt Und so beginnt Was ist das? jetzt da eine Repent! Or die! Das ist ein schaffbarer Moment. Ein pure Mind ist ein ordentliches Mind. Ja, ich habe ihn, jetzt hieß es, 3.000 Jahre lang. Jetzt wissen wir es, wie hieß es, jetzt machen wir es nicht. Ich habe ihn noch eins. Haben wir schon einen Short gehabt oder haben wir noch keinen? Wahrscheinlich nicht. Das müssen wir schon gehen, oder? Da haben wir ihn nicht geklebt. Da müssen wir einen Jump-Jump machen können. Ja. Wenn er nicht bleibt, dann geht es nicht. Da-da-da-da-da-da! Das ist ein Wicht. Das ist ein Wicht. Das ist ein Wicht. Ich habe einen kleinen Finger und... Das Base ist etwas bei ihm. Wenn du in der Börstphase von hier rein musst, dann ist das Arsch. Arsch! Arsch! DBM-Pull. Punkt. Und rein da schon. Aber da muss ich DBM. Was? Ja, da geht ein DBM. Da geht ein Puller. Pulle ich selber. Da geht es drauf. Das ist ein Wicht. Und das ist ein Wicht. Noch ein Wicht. Dann wird es da so ein Wicht. Das ist einfach mal. Und das ist einfach mal so ein Wicht. Dann haben wir es hier. Dann kommen schnell. Sonst ist das Wicht. Dann auf dem Wicht. Es geht weiter. Weil ich jetzt passou an den Wicht. Pool, schlecht Pool. Ja, gibt's mir auch. Acht, Pool, Acht, gibt's mir auch. Nein, Schwarzer, nicht 30, Acht, gibt's mir auch. Schreib bitte Pool, Pool Acht, eine. Three, two, one. And so beginnt your purification. All shall be sanctified. The righteous have nothing to fear. Nein, wir haben die Arme nicht zu rüber. Jetzt hol ich den Balkon hin und dann bricht ihn immer gut. Jetzt kommen wir. The righteous have nothing to fear. By fire be cleansed. Hold mortals. Open your hearts to virtue. Renounce your greed and perversion. Repent or die. Four, three, two. Step into the light, mortal. By fire be cleansed. All shall be sanctified. By fire be cleansed. Kommandat. Am you? Nothing to fear. I'm a bad, man. I'm a bad. Be and wait for the light. Be cleansed. Pardon? Hard mortals. Open your hearts to virtue. Renounce your greed and perversion. Repent or die. Die sind schon vorbei, ich glaube ich bin Was ist es nicht möglich? Was ist es? Was ist die Zeit? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist die Zeit? Ist das wieder los? Was ist das? Was ist das? Oh, Blossom. is an orderly mind. Ja, weil das ist genauso wie wenn du hupfst, da merkst du dich in der Position wo du gestanden bist und nicht wo du dann landst. Nein. Geh, ich bin ein Pferd, das habe ich nicht wieder getan. Run away little girl, run away. Und wenn du jetzt einen Rapport brauchst, noch zwei Vibes, dann tue ich dir was. So lange die Kirne droht, ja und so lange die Kirne droht, das ist egal. So lange die Kirne droht. Oder hol den Mic. Wenn du deine Erklärung kriegst, ich muss ausrechnen. Wenn du mehr Erklärung kriegst, desto mehr ergeben hätte. egal. Also. Endotipis. 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 Was ist das? ...passt. ...das letzte Gag. ...das war's. The lesson is complete. Ich warte... ...stopp. Warte hier reinkommen. Ich hätte reinkommen können. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Von der DPS-Technik her ist eigentlich für die ganzen Casterklassen... ...das ist ein schönes Schei, dass die Bleistellen uns wirklich gesplittet hin. Und beim Gruppenheilen ist es halt, dass man nachher zusammenkommt. Aber... Weil ich kann, wenn ich alleine stehe, kann ich durchziehen. Ich kriege einen Debuff. Das ist beim Eis dasselbe. Der Eis legt ab, blinkt sich aus und steht woanders. Wenn es mehr Milis dabei ist, ja, und Wand geht, ist eine gute Idee. Ja, das würde ich sagen. Aber mit einem einzigen Militidee und einem da kein Problem. Ja, wo du das heiler hinst, das ist die Frage. Weil dann Ding... Ja, und Ding. Und du kannst halt beim... Ja, Ding. Also, wenn die Sauberklicken haben. Und, weißt auch nicht. Ich bin auch der Meinung, wenn du in der Mitte... ziemlich spät den Debuff kriegst. Dann leg ich ihn in der Mitte ab. Und dann rennt, zieht der Boss zum Rand. Das ist auch gescheiter, glaube ich. Weil es macht nicht viel Sinn, wenn du den Debuff dann auf halbem Weg erst abblickst, weil es sich nicht ausgeht. Ja. 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 Das war jetzt 6%, ich fahre dir jetzt an. Ich habe jetzt zwar keinen Kampfrausch, aber... Ja. Und alle überleben, alle Beteiligten an Völkchen. Und... Ja, und das ist auch die erste Woche im Blizertab, wo ich mich mit einer ÖF-Kolle ausgeholt habe, weil sich die Leute beschwert haben. Ja, wo ist sie denn? Ja. 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 Und erst kannst du wirklich auf dem Max-Range stehen, also ich stehe direkt an der Wand am Anfang. Weil du musst nicht rennen und wenn du dich nicht aufgehst, rennst du nicht raus, sonst kannst du stehen bleiben. Wenn ich einen Tiger wäre, hätte ich jetzt keine Kuppen umgebracht. Begins your purification!